4. Marissa stapfte an Vicious vorbei, und der Bruder sprang zur Seite, was bewies, dass er so klug war, wie man allgemein annahm. Vor der geöffneten Tür zu Barchs Zimmer blieb sie stehen. Im Schein des Flurlichts sah sie ihn auf dem Rücken im Bett liegen. Sein Anzug war völlig zerknittert, und auf seinem Hemd war Blut, auf dem Gesicht ebenfalls. Sie ging zum Bett und musste sich die Hand vor den Mund halten. Gütige Jungfrau im Schleier! Das eine Auge war zugeschwollen und färbte sich bereits blau und grün. Auf dem Nasenrücken war die Haut aufgeplatzt, was das Blut erklärte, und er roch nach Scotch. Hinter ihr ertönte Vicious Stimme, untypisch sanft. Du solltest wirklich besser morgen wieder kommen. Er wird stinksauer sein, dass du ihn so gesehen hast. Wer hat das mit ihm gemacht? Und wenn du jetzt wieder sagst, es sei nur ein kurzer Kampf gewesen, dann schreie ich. Wie ich schon sagte, er ist Revenge an die Gurgel gegangen, und Reef hat ganz zufällig einen Haufen Bodyguards. Das müssen ziemlich große Männer sein, raunte sie benommen. Um genau zu sein, war es eine Frau, die ihm den Schlag verpasst hat. Eine Frau? Ach, Schluss jetzt! Was spielten die Einzelheiten schon für eine Rolle? Kannst du mir ein paar Handtücher und ein wenig heiße Seifenlauge bringen? Sie zog Batsch die Schuhe aus. Ich möchte ihn waschen. Nachdem Vicious im Flur verschwunden war, zog sie Batsch bis auf die Boxershorts aus und setzte sich neben ihn. Das schwere Goldkreuz auf seiner Brust überraschte sie. In der ganzen Aufregung, die früher am Abend im oberen Wohnzimmer geherrscht hatte, war ihr das Ding gar nicht aufgefallen. Jetzt fragte sie sich, woher er es wohl hatte. Dann ließ sie den Blick weiter nach unten zu der Narbe auf seinem Bauch wandern, die weder besser noch schlimmer aussah als zuvor. Als Vicious mit einer Schüssel und einem Stapel Frotteetücher wieder auftauchte, sagte sie, Stell alles auf dem Tischchen ab und dann lass uns bitte allein und mach die Tür hinter dir zu. Es entstand eine kurze Pause, was kein Wunder war. Man kommandierte ein Mitglied der Black Dagger nicht so einfach rum, ganz besonders nicht im eigenen Haus. Aber ihre Nerven lagen blank und ihr brach das Herz. Und es war ihr wirklich völlig gleichgültig, was irgendjemand von ihr hielt. So lautete ihre neue, oberste Regel. Nach kurzem Schweigen wurden die Gegenstände dort deponiert, wo sie sie haben wollte. Und danach hörte sie die Tür ins Schloss fallen. Seufzend machte sie sich an die Arbeit. Sie befeuchtete einen Waschlappen. Als sie Batschs Gesicht damit berührte, zuckte er zusammen und murmelte etwas. Es tut mir so leid, Batsch, aber jetzt ist es vorbei. Wieder tauchte sie das Tuch in die Schüssel und wrang es kurz aus. Das Geräusch des tropfenden Wassers kam ihr sehr laut vor. Und ich hab bloß getrunken. Sonst ist nichts passiert. Ich schwör's dir. Sie wusch ihm das Blut vom Gesicht. Dann streichelte sie ihm übers Haar. Die dicken Strähnen waren feucht. Seine Reaktion auf ihre Berührung war, den Kopf zu drehen und sich in ihre Hand zu schmiegen. Trotzdem war unübersehbar, dass er sturzbetrunken war und nicht so bald wieder zu sich kommen würde. Wirst du mir Glauben schenken? Flüsterte sie. In jedem Fall konnte sie es ja beweisen. Wenn sie als Novizin zu ihm käme, dann wüsste er, dass kein anderer Mann. Ich kann ihn an dir riechen. Beim harten Klang seiner Stimme schrag sie zurück. Bart's Augen öffneten sich ganz langsam und sie sahen schwarz aus, nicht haselnussbraun. Ich kann ihn überall an dir riechen, weil du nicht am Handgelenk von ihm getrunken hast. Sie wusste nicht, was sie entgegnen sollte, vor allem, da er die Augen auf ihren Mund gerichtet hielt und sagte, Ich habe die Wunden an seinem Hals gesehen und dein Duft war überall an ihm. Als Bartsch die Hand ausstreckte, zuckte sie zusammen. Doch er strich ihr nur so leicht wie die Berührung einer Feder mit dem Zeigefinger über die Wange. Wie lange hat das gedauert? fragte er. Sie schwieg weiter. Instinktiv ahnte sie, dass es besser war, wenn er so wenig Details wie möglich erfuhr. Dann zog er seine Hand zurück. Die Mine hart und müde. Emotionslos. Ich glaub dir, was den Sex betrifft. Das sieht man dir aber nicht an. Tut mir leid. Ich bin etwas abgelenkt. Ich versuch mir einzureden, dass ich mit der heutigen Nacht klarkomme. Sie betrachtete ihre Hände. Für mich hat es sich auch ganz falsch angeführt. Ich hab die ganze Zeit geweint. Bartsch atmete heftig ein. Plötzlich wich alle Anspannung aus der Luft zwischen ihnen. Er setzte sich auf und legte ihr die Hände auf die Schultern. Ach, Baby, entschuldige, dass ich so eine Nervensäge bin. Nein, mir tut's leid, dass ich das tun muss. Marissa, das ist doch nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld. Aber so fühlt sich's an. Es ist meine Unzulänglichkeit. Nicht deine. Seine Arme. Diese wunderbaren, schweren Arme umschlangen sie und zogen sie fest an seine nackte Brust. Im Gegenzug klammerte sie sich an ihn, als hinge ihr Leben davon ab. Er küßte sie auf die Schläfe und murmelte. Es ist nicht deine Schuld. Niemals. Und ich wünschte, ich käme besser damit zurecht. Ehrlich. Ich weiß nicht, warum mir das alles so schwerfällt. Unvermittelt entzog sie sich seiner Umarmung. Erfüllt von einem Drang, dem sie sich nicht länger entziehen konnte. Patsch, leg dich zu mir. Vereinige dich mit mir. Jetzt gleich. Ach, Marissa, das würde ich wahnsinnig gern tun. Wirklich. Sanft strich er ihr das Haarglatt. Aber nicht so. Ich bin betrunken. Und dein erstes Mal sollte... Sie unterbrach ihn mit ihrem Mund. Schmeckte den Scotch und den Mann auf seinen Lippen, während sie ihn auf die Matratze drückte. Als sie die Hand zwischen seine Beine schob, stöhnte er auf und wurde sofort hart. Ich brauche dich in mir, keuchte sie. Wenn schon nicht dein Blut, dann dein Körper. In mir. Schnell. Wieder küsste sie ihn. Und als seine Zunge in ihren Mund schoss, wusste sie, dass sie gewonnen hatte. Und... Oh, war er gut! Er drehte sie auf den Rücken, ließ die Hand von ihrem Hals zu ihren Brüsten wandern und folgte der Spur dann mit seinen Lippen. Als er das Mieder ihres Kleides erreichte, hielt er kurz inne. Und sein Gesicht bekam wieder einen harten Ausdruck. Mit einem wilden Ruck packte er die Seide und riss die Vorderseite der Robe einfach in zwei. Und er hörte nicht an der Taille auf. Immer weiter zerteilten seine Hände den Stoff. Bis zum Saum. Zieh das aus! forderte er. Sie streifte sich die Überreste von den Schultern. Und als sie die Hüften anhob, zerrte er das Kleid unter ihr vor, zerknüllte es und schleuderte es quer durch den Raum. Mit grimmigem Blick kam er zurück zu ihr, zog das Unterkleid nach oben und spreizte ihre Schenkel. Mit rauer Stimme sagte er zu ihr, trag dieses Ding nie wieder. Als sie nickte, schob er ihre Unterhose zur Seite und legte den Mund direkt auf ihre Mitte. Der Orgasmus, den er ihr schenkte, war die Kennzeichnung eines Partners. Und er dehnte ihn so lange aus, bis sie vor Ermattung zitterte. Dann brachte er ihre Beine wieder zusammen. Obwohl sie diejenige war, die einen Höhepunkt gehabt hatte, war er jetzt so viel entspannter, als er sich an ihrem Körper hochschob. Benommen von dem, was er mit ihr gemacht hatte, war sie schwach und leistete keinen Widerstand dagegen, dass er sie nackt auszog und danach aufstand und seine Boxershorts ablegte. Seine schiere Größe und die Erwartung des Kommenden jagte ihr einen flüchtigen Angstschauer über den Rücken. Doch sie war so beseelt, dass es ihr nicht viel ausmachte. Er stieg zurück aufs Bett, sein Geschlecht hart und dick, bereit, in sie einzudringen. Sie öffnete die Schenkel für ihn, doch er legte sich neben sie statt auf sie. Er nahm sich Zeit, küßte sie träge und liebevoll, mit der Handfläche über ihre Brüste streichelnd, sie vorsichtig betastend. Atemlos umfing sie seine Schultern, und spürte das Muskelspiel unter der warmen, geschmeidigen Haut, während er ihre Hüften und die Oberschenkel liebkoste. Ganz zart und ohne jede Eile berührte er sie zwischen den Beinen. Er nahm sich Zeit, bis einer seiner Finger in sie eindrang. Er hörte auf, genau als ein seltsames, innerliches Ziehen sie aufschrecken und die Hüften zurückziehen ließ. Weißt du, was jetzt kommt? fragte er in ihrer Brust, die Stimme leise und weich. Ähm, ja, ich denke schon. Aber dann sah sie wieder die Größe seiner Erektion vor sich. Wie in Gottes Namen sollte er in sie reinpassen? Ich werde so sanft sein, wie ich nur kann. Aber es wird dir wehtun. Ich hatte gehofft, dass du vielleicht... Ich weiß, dass das dazu gehört. Sie hatte gehört, dass ein leichtes Stechen zu erwarten war. Aber danach folgte eine wunderbare Verzückung. Ich bin bereit. Jetzt rollte er sich auf sie und sein Körper glitt zwischen ihre Beine. Urplötzlich fühlte sie alles überdeutlich. Seine heiße Haut, den Druck seines Gewichts und die Kraft seiner Muskeln. und das Kissen unter ihrem Kopf, die Matratze unter ihrem Rücken und wie weit genau ihre Schenkel gespreizt waren. Sie blickte an die Decke. Ein Lichtkegel huschte über sie hinweg, als wäre gerade ein Auto in die Einfahrt gebogen. Sie war angespannt. Sie konnte nichts dagegen machen. Obwohl es Batsch war und sie ihn liebte, fühlte sie sich von der drohenden Erfahrung, dem überwältigenden Wesen dieser Sache, bedrängt. 300 Jahre und jetzt war es plötzlich so weit. Aus irgendeinem albernen Grund stiegen ihr Tränen in die Augen. Süße, wir müssen das nicht tun. Wirklich nicht. Mit dem Daumen wischte er ihr die Tränen von den Wangen und zog die Hüften zurück, als wollte er von ihr runtersteigen. Ich will nicht aufhören. Sie umschlang seinen Rücken. Nicht, Batsch, bleib, ich will es, ich will. Er schloss die Augen. Dann ließ er den Kopf auf ihren Hals sinken und schlang die Arme um sie. Er drehte sich leicht zur Seite und zog sie fest an seinen harten Körper. So blieben sie lange Zeit liegen, sein Gewicht so verlagert, dass sie atmen konnte. Seine Erregung heiß und brennend auf ihrem Oberschenkel. Allmählich fragte sie sich, ob er überhaupt noch was tun würde. Sie wollte ihn schon fragen, da regte er sich und seine Hüften rutschten wieder zwischen ihre Beine. Er küßte sie. Eine tiefe, berauschende Verführung, die sie innerlich zum Lodern brachte, bis sie sich unter ihm wand, sich an ihm rieb, sich noch näher an ihn drängte. Und dann geschah es. Er bewegte sich ein wenig nach links und sie spürte seine Erektion zwischen ihren Schenkeln. Ganz hart und glatt. Dann folgte ein seidiges Streicheln und ein leichter Druck. Bartsch schluckte so heftig, dass sie ihn hören konnte. Dann brach ihm der Schweiß zwischen den Schultern aus und rann ihm über den Rücken. Je stärker der Druck zwischen ihren Beinen wurde, desto heftiger ging sein Atem, bis er bei jedem Ausatmen aufstöhnte. Als sie deutlich zusammenzuckte, wich er zurück. Was, was ist denn? fragte sie. Du bist sehr eng und du sehr groß. Er lachte kurz auf. Die nettesten Sachen, sagst du immer. Die nettesten Sachen. Hörst du auf? Nur wenn du das willst. Da nichts dergleichen von ihr zu hören war, spannte er sich an und seine Spitze fand erneut ihren Eingang. Seine Hände tauchten neben ihrem Gesicht auf und strichen ihr das Haar hinters Ohr. Wenn es geht, Marissa, dann entspann dich. Das macht's einfacher für dich. Er begann eine schaukelnde Bewegung. Seine Hüften schoben sich zwischen ihre und wieder zurück. Doch jedes Mal, wenn er sich ein winziges Stückchen in sie reindrängen wollte, setzte sich ihr Körper zur Wehr. Alles okay, presste er zwischen den Zähnen vor. Sie nickte, obwohl sie zitterte. Alles fühlte sich so merkwürdig an. Vor allem, da sie keine echten Fortschritte machten. Ganz plötzlich glitt er in sie rein. Vorbei an einigen äußeren Muskeln, bis er an die Barriere stieß, die sein Finger erspürt hatte. Als sie ganz steif wurde, stöhnte Bartsch wieder auf und ließ das Gesicht neben ihrem Kopf aufs Kissen fallen. Sie lächelte vorsichtig. Sie hatte nicht damit gerechnet, so ausgefüllt zu werden. Ich, ähm, ich hab das Gefühl, ich sollte dich fragen, ob bei dir alles in Ordnung ist. Machst du Witze? Ich platze gleich. Wieder schluckte er. Ein verzweifeltes Geräusch. Aber die Vorstellung, dir wehzutun, ist schrecklich für mich. Dann bringen wir diesen Teil endlich hinter uns. Sie spürte sein Nicken mehr, als sie es sah. Ich liebe dich. Mit einem schnellen Ruck zog er die Hüften zurück und stieß zu. Der Schmerz war rau und unvermittelt. Und sie keuchte und drückte gegen seine Schultern, um ihn daran zu hindern, noch weiter einzudringen. Ihr Körper wehrte sich instinktiv gegen ihn. Wollte fliehen oder doch zumindest etwas Abstand zwischen sie bringen. Beide atmeten schwer. Bart schob seinen Oberkörper etwas an, sodass ein schweres, goldenes Kreuz an der Kette zwischen ihnen hin und her schwang. Sie stieß einen unterdrückten Fluch aus. Bisher hatte der Druck nur Unbehagen verursacht. Jetzt nicht mehr. Jetzt tat es weh. Und sie fühlte sich von ihm so bedrängt, so belagert. Dieses ganze Gerede anderer Vampirinnen, das sie mit angehört hatte. Wie wundervoll alles sei. Wie magisch das erste Mal. Wie alles quasi sie von ganz allein gehe. Nichts davon bewahrheitete sich für sie. Panik stieg in ihr auf. Was, wenn sie wirklich innerlich nicht in Ordnung war? War dies der Defekt, den die Männer der Glümera an ihr gespürt hatten? Was, wenn? Marissa! Sie es nie durchstände? Was, wenn es jedes Mal so schmerzen würde? Oh, gütige Jungfrau! Bartsch war sehr männlich und sehr körperlich. Was, wenn er sich eine andere suchte, um Marissa! Sieh mich an! Widerstrebend gehorchete sie, doch sie konnte sich nur auf die Stimme in ihrem Kopf konzentrieren. Lieber Himmel! Es war doch nicht normal, dass das so weh tat! Oder? Sie war defekt? Wie geht es dir? Fragte er brüsk. Sprich mit mir! Behalte nicht alles für dich! Was, wenn ich das nicht aushalten kann? Platzte sie raus. Seine Miene wurde vollkommen ausdruckslos. Eine Maske bemühter Rohr. Ich glaube nicht, dass vielen Frauen ihr erstes Mal gefällt. Diese romantische Version vom Verlust der Unschuld ist eine Lüge. Oder auch nicht. Vielleicht lag das Problem bei ihr. Das Wort defekt kreiste immer schneller und lauter durch ihren Kopf. Marissa! Ich wollte, dass es schön wird, flüsterte sie verzagt. Ein schreckliches Schweigen entstand, währenddessen sie nichts wahrnahm, außer dem Druck seiner Erektion in sich. Dann sagte Bartsch, es tut mir leid, dass du enttäuscht bist, aber überrascht bin ich nicht gerade. Er zog sich raus und in diesem Moment änderte sich etwas. Seine Bewegung sandte ein Kribbeln durch ihren ganzen Körper. Warte noch! Sie hielt seine Hüften fest. Das war noch nicht alles. Oder? Mehr oder weniger. Es wird nur noch zudringlicher. Aber du bist noch nicht fertig. Das muss ich auch nicht werden. Als seine Erektion aus ihr rausschlüpfte, fühlte sie sich merkwürdig leer. Dann rutschte er von ihr runter und sie spürte eine unvermittelte Kälte. Er warf ihr eine Decke über und sie spürte seine Erregung flüchtig über ihren Oberschenkelstreifen. Der Schaft war feucht und jetzt etwas weicher. Er legte sich neben sie auf den Rücken, die Unterarme über das Gesicht gelegt. Lieber Gott! Was für ein Reinfall! Jetzt, wo sie wieder zu Atem gekommen war, hätte sie ihn gern gebeten, weiterzumachen. Aber sie kannte seine Antwort schon im Voraus. Das Nein lag in der Erstarrung seines ganzen Körpers. Während sie so nebeneinander lagen, glaubte sie etwas sagen zu müssen. Batsch! Ich bin wirklich müde und stehe ein bisschen neben mir. Lass uns einfach schlafen, okay? Er drehte sich weg. zerknautschte ein Kissen und stieß einen gedehnten, ungleichmäßigen Atemzug aus. Körpers Körpers Körpers